Alles im Universum macht Sema. Zuerst einmal dreht die Welt sich um sich selbst, eben wie die Sema-Tänzer, die wirbelnden Dervische. Das Blut in unserem Körper dreht sich die ganze Zeit. Die Elektronen in den Atomen drehen sich, die Planeten machen Sema. Mevlana sagt, wenn der Sema aufhört, würde die Ordnung des Universums zusammenbrechen. Für uns ist Sema die wichtigste Form des Gebets. Wir machen es mit Musik und Instrumenten. Es scheint, als würde es sich ein Problem geben, aber das ist nicht wichtig für uns. Im Islam kannst du eigentlich nicht mit musikalischen Instrumenten beten, aber die Mevlavis beachten das nicht, denn der Mevlavismus betont nicht solche Kleinigkeiten. Ihm geht es nur um die Liebe. Ich fühle mich, dass es nicht wichtig ist. Vielen Dank.